Tag Kinders und willkommen zu meinem persönlichen Fazit der Overwatch Beta. Nochmal bekräftigt, das ist mein persönliches Fazit. Wenn ihr für euch ein anderes Fazit gezogen habt, ist das vollkommen in Ordnung. Ihr könnt mir ja eure Meinung dann auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht seht ihr einige Sachen auch komplett anders als ich. Aber wie gesagt, das hier ist mein persönliches Fazit. So habe ich das Spiel erlebt, so bewerte ich die Beta jetzt letztendlich. Und eins vorweg muss ich gleich sagen, ich habe lange keinen Shooter gespielt. Der mir wirklich so viel Spaß gemacht hat wie Overwatch. Die Details, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber das möchte ich auf jeden Fall vorab loswerden. Overwatch ist einer der besten Shooter, die ich bisher gespielt habe. Weil es mir einfach so unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und jetzt kommen die Details. Was mir besonders positiv aufgefallen ist, ist die comichafte Optik. Das vermittelt einen unglaublich geilen Charme. Jeder einzelne Charakter hat so seinen eigenen persönlichen Charme. Das macht das Spiel einfach charmant. Das macht das Spiel einfach eingänglich. Und das macht das Spiel einfach schön, wenn man so viele unterschiedliche Charaktere hat, bei denen jeder seinen eigenen Charme hat. Auch die Optik, was die Level angeht, war schön abwechslungsreich. Ich hätte mir ein paar mehr Level gewünscht. Ein paar mehr Maps, die dann vielleicht auch nochmal komplett unterschiedlich sind. Aber wer weiß, was nachher mit DLCs und so weiter noch kommt. Und vor allen Dingen mit wahrscheinlich auch kommenden Add-ons, die dann auch ein bisschen größer werden. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass die Jungs von Blizzard hier noch einige gute Ideen in der Schublade haben, die sie uns dann auch präsentieren werden. Aber wie gesagt, diese comichafte Optik, die hat mir ganz besonders gefallen und hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Dadurch wird das Spiel einfach extrem abwechslungsreich. Es ist für jede Spielweise irgendwie was dabei. Es fängt an bei Leuten, die einfach nur gerne draufhauen. Da gibt es Nahkämpfer, die ordentlich Bums haben. Da gibt es welche, die halt gerne Tanks spielen. Es gibt Leute, die gerne Heiler oder Supporter spielen. Die finden da ihre Charaktere. Es gibt auch welche, die gerne aus dem Hintergrund agieren und vielleicht mit dem Sniper dann aus der Ferne ein bisschen kämpfen. Es gibt im Grunde für jede Spielweise, die man so aus klassischen MMOs vielleicht kennt, auch den geeigneten Charakter. Und dadurch ist eigentlich irgendwie für jeden so ein bisschen was dabei. Und das auf eine sehr einsteigerfreundliche Art und Weise. Also man kann natürlich bei dem einen oder anderen Charakter ein bisschen brauchen, um den in den Griff zu kriegen. Ich habe ja in meinen Gameplays auch den einen oder anderen Charakter direkt halbwegs gut in den Griff gekriegt. Und mit anderen war ich da wieder völlig überfordert und kam absolut nicht klar. Könnt ihr ja mal in den Gameplays ein bisschen auschecken. Meinen persönlichen Favoriten habe ich schon gefunden. Das ist die gute D.Va. Ist so der Charakter, mit dem ich von Anfang an, von der ersten Minute an am besten klargekommen bin. Und der mir auch am meisten Spaß gemacht hat, weil die gesamte Spielweise einfach mir extrem liegt. Und deswegen ist das auf jeden Fall mein Favorit in der Beta gewesen. Ob es das letztendlich auch im fertigen Spiel dann so sein wird, das ist eine andere Frage. Man weiß ja nicht, was da noch geändert wird. Aber ich glaube, so groß werden die Änderungen nicht mehr ausfallen. Und was auch sehr schön ist, das Spiel ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene gut geeignet. Man kann als Einsteiger relativ gut in den Matches auch abschneiden. Wenn man jetzt nicht gerade ein sehr gut eingespieltes Team als Gegner hat, dann kann man auch als Einsteiger seinen Spaß haben und Stück für Stück vorankommen. Das senkt einfach so ein bisschen die Gefahr, dass man als Einsteiger Frust schiebt, weil man einfach nicht vorankommt. Aber das finde ich hier sehr gut ausbalanciert in diesem speziellen Punkt. Man kann sehr schöne taktische Matches machen, wenn man ein Team hat, das so ein kleines bisschen taktisch vorgeht. Das kann auch ein Random-Team sein, bei dem es funktioniert, bei dem man einfach sieht, okay, der läuft da lang, ich laufe dem hinterher. Dass man den Gegner dann vielleicht einfach auch taktisch ausspielt. Aber es ist natürlich auch die Auf-sie-mit-Gebrüll-Taktik möglich, dass man einfach haut drauf, auf den Gegner geht und alles draufhaut, was man kriegt. Das kann auch funktionieren. Welche Taktik oder welche Variante am Ende dann funktioniert, hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Gegner-Team ab. Und natürlich auch von den Leuten im eigenen Team, wie gut die ihre Charaktere beherrschen, beziehungsweise generell das Spiel beherrschen und verstanden haben. Also ist es hier sehr breit gefächert, was die Möglichkeiten der Spielweise angeht. Jetzt kommen wir schon zu den negativen Sachen. Das ist nicht ganz so viel, aber es ist doch deutlich, was ich da an Negativ-Aspekten aus der Beta mitgenommen habe. Das ist zum einen, dass das Balancing der einzelnen Chars noch ein kleines bisschen verfeinert werden muss. Ganz besonders ist mir der Bastion aufgefallen als Charakter. Der ist relativ overpowered. Wenn man mit Bastion an irgendeiner Engstelle sitzt, an die man als Gegner schlecht rankommt, dann hat man das Match eigentlich schon gewonnen. Wenn man im Match mit Bastion spielt. Denn den kriegt man nur sehr schwer zu fassen. Er macht extrem viel Schaden mit seiner Gatling Gun. Und da würde ich mir auf jeden Fall eine Änderung wünschen. Man muss es nicht unbedingt sehr stark abschwächen. Es würde reichen, wenn man das auf eine andere Weise zum Beispiel löst. Dass man sagt, er kann sich zum Beispiel nur alle 10 oder 15 Sekunden in diese Gatling Gun verwandeln. Sodass er, wenn er einmal aus dem Modus raus ist, erst mal 10, 15 Sekunden warten muss, bevor er wieder in den Modus reingehen kann. Das verschafft dem Gegnerteam dann eine Möglichkeit, sich taktisch zu positionieren und vielleicht auch mal ein bisschen durchzukommen. Oder man sagt, er kann sich vielleicht maximal zweimal pro Leben in diese Gatling Gun verwandeln. Sodass man ihm die Möglichkeit nimmt, das wirklich alle Nasen lang und ständig zu machen. Und damit eben das Match im Prinzip im Alleingang zu entscheiden. Das ist ein bisschen schade. Vor allen Dingen, wenn man nur mal so zwischendurch eine Runde spielen will. Und da vielleicht eher so ein Casual Player ist. Und dann in einem Team landet, in dem einer mit so einem starken Charakter dann wirklich spielt. Dann ist es doch mitunter sehr schwierig, da wirklich voranzukommen. Das fördert so ein bisschen den Frust. Man kann ihn zwar auch ganz gut taktieren. Und wenn man ihn aus zwei bis drei Richtungen gleichzeitig irgendwie in die Zange nimmt, dann kann es funktionieren. Dazu ist allerdings auch Voraussetzung, dass das Team das weiß. Und wenn man nur mal so random eine Runde zwischendurch spielt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass man direkt in einer Gruppe landet, wo alle das verstanden haben und wo alle wissen, wie man diesen austaktiert. Also man muss da auch ein kleines bisschen gucken, dass man so ein bisschen auch die berücksichtigt, die das Spiel nur ab und zu und zwischendurch mal spielen wollen. Und die da einfach mal schnell eine Runde Spaß haben wollen. Und dann nicht großartig viel Zeit investieren wollen, um eine Taktik auszupendeln und so weiter. Zumal es in dem Spiel, in den Maps auch sehr viele Stellen gibt, an die man nur sehr schwer rankommt. Und wenn man Bastion da postiert, dann hat man das Match eigentlich schon fast nicht mehr zu gewinnen. Dann kann man nichts mehr machen, weil der wirklich alles wegräumt. Gerade weil er eben quasi durchgehend diesen Gatling Gun Modus nutzen kann. Wie gesagt, da würde ich mir wünschen, dass man das ein kleines bisschen ändert in der Form, dass man vielleicht sagt, er kann sich nicht andauernd in diese Gatling Gun verwandeln, sondern nur innerhalb bestimmter Zeiträume oder eben nur eine bestimmte Anzahl von Verwandlungen pro Leben. Sodass man ihm dann die Möglichkeit gibt, ständig in diesem Modus darum zu sitzen und zu kämpfen. Das ist erstmal nur so eine Idee gewesen, wie man das vielleicht ein kleines bisschen neu ausbalancieren könnte. Wie gesagt, man muss da ein bisschen gucken, was man da am besten macht. Was ich auch ein bisschen, ich will nicht sagen negativ sehe, aber wo ich einen kleinen Kritikpunkt sehe, das Spiel ist nichts für Spieler, die zum Beispiel wie bei Battlefield gerne Waffen und Items und so weiter freispielen. Oder meinetwegen auch irgendwelche Gerätschaften. Es gibt ja viele, die daraus ihren Spielspaß ziehen, dass sie eben viele Sachen freischalten können. Das hat man bei dem Spiel natürlich nicht. Man kriegt zwar immer mal wieder ein paar Skins, man kriegt die Sprays und so weiter, wenn man im Level steigt. Aber letztendlich ist es nichts für Leute, die wirklich gerne sammeln. Die Waffen sammeln, die zum Beispiel irgendwelche Perks sammeln und so weiter. Da kenne ich selbst einige von, die sagen, das fehlt ihnen so ein bisschen. Für solche Leute ist das Spiel nichts. Was auch ein bisschen schlecht war, muss man sagen, ist das Matchmaking. Der Levelunterschied zwischen den Spielern, mit denen man in einer Gruppe landet, ist mitunter sehr groß. Man hat dann teilweise, wenn man selbst schon, ich sag mal, Level 10 ist und schon ein bisschen Erfahrung in dem Spiel gesammelt hat, hat man dann mitunter ein Team, in dem man mit zwei Level 1ern oder Level 2ern spielt, die natürlich erst angefangen haben und das Spiel verständlicherweise noch nicht ganz so im Griff haben. Und dafür hast du dann im Gegnerteam nur Leute, die über Level 15 sind. Also da muss das Matchmaking noch ein kleines bisschen optimiert werden. Das ist mir sehr negativ aufgefallen. Ich hatte viele Matches offscreen, wo ich dann mit zwei, drei Level 1ern in der Gruppe war und in einer anderen Gruppe waren nur Leute jenseits von Level 15. Und da hast du da natürlich eigentlich selten wirklich realistische Chancen. Es gab da teilweise Matches, die nach zweieinhalb Minuten und weniger vorbei waren, weil der Gegner uns einfach völlig auseinandergenommen hat. Und nicht, weil er taktisch einfach besser war, sondern einfach, weil er vom Level her und von der Erfahrung her einfach viel, viel erfahrener einfach war. Und dadurch eben den unerfahrenen Spielern komplett die Chancen genommen hat. Hier muss das Matchmaking ein bisschen angepasst werden und dann kriegt man auch ein gutes, ausgewogenes Team-Balancing hin. Was auch ein bisschen schade ist, richtige Taktik-Pros, also die wirklich taktisch spielen wollen, könnten sich womöglich ein kleines bisschen unterfordert fühlen. Taktisch hat man zwar mögliche Möglichkeiten, man kann taktisch und strategisch spielen, aber so richtige Taktik-Pros, die wirklich, sagen wir mal als Beispiel wie bei Rainbow Six Siege, gerne wirklich taktisch und strategisch vorgehen, die sind da auf jeden Fall ein bisschen unterfordert. Für die ist das vielleicht gerade mal so ein Häppchen für zwischendurch, aber ich glaube, für richtig taktisch geprägte Runden, für Leute, die da wirklich ganz, ganz, ganz viel Fokus drauf legen, ist das eher ein bisschen unterfordernd. Aber ich glaube, das sind sowieso nicht die Spieler, die mit diesem Spiel angesprochen werden sollen. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein so großes Problem ist. Kommen wir nochmal, wie beim letzten Fazit, auch zu meinen Hoffnungen und Befürchtungen zum letztendlichen Spiel im Finale. Natürlich würde ich mir erstmal wünschen, dass diese kleinen Sachen, die ich gerade schon negativ genannt habe, ausgemerzt werden. Boah, feiner Deutsch. Also, dass man eben so diesen kleinen Fehlerchen, das Balancing und so weiter noch ein bisschen optimiert. Was ich auch hoffe, ist, dass wir wirklich schöne neue Maps kriegen, zusätzliche Chars, neue Skins und so weiter. Dass wir da wirklich einfach auch mit vielen unterschiedlichen Sachen bedacht werden, die dann vielleicht auch mal komplett anders sind, als das, was man aus dem Hauptspiel kennt. Dass einfach DLCs kommen vielleicht von völlig abgespaceden Maps, meinetwegen auch Maps, die so ein bisschen auf Physik zurückgreifen. Dass man zum Beispiel ohne Schwerkraft spielt und so weiter, um da einfach auch mit ein bisschen Abwechslung das Spiel noch interessanter zu gestalten. Was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte und fast wünschen würde, wären zum Beispiel Gastauftritte von speziellen Chars. Zum Beispiel von Chars aus anderen Blizzard-Spielen. Nehmen wir mal als Beispiel die Murlocs zum Beispiel, dass man die irgendwie als Gastcharakter bekommen kann. Oder meinetwegen Kerrigan aus StarCraft. Die würde ich mir auch zum Beispiel sehr gut vorstellen können, als so einen kleinen Gastcharakter. Und wenn er halt bloß irgendwie als sichtbarer Charakter auf irgendeiner Map zu sehen ist, die dann irgendwie zum Setting des jeweiligen Spiels passt, das wäre zum Beispiel auch eine geile Sache. Was ich mir auch wünschen würde, wäre ein richtig normaler Story-Mode. Also ein richtiger Singleplayer, den man vielleicht auch im Koop spielen kann, mit einer wirklich schönen Geschichte, die vielleicht so ein kleines bisschen darauf eingeht, wie ist zum Beispiel diese Overwatch-Organisation entstanden oder wie kam es dazu und so ein bisschen die Geschichte der einzelnen Charaktere vielleicht so ein bisschen in einer richtigen Story verpackt. Das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen. Und was jetzt vielleicht so ein bisschen Wunschdenken auf einem etwas höheren Niveau ist oder höheren Level, wäre zum Beispiel ein Map-Editor. Ein Map-Editor bei diesem Spiel wäre ein absoluter Traum. Da kann man sich dann auch nochmal kreativ so richtig schön ausleben. Und auch ein Skin-Creator, das man vielleicht zu seiner eigenen kleinen Skins machen kann, die man dann vielleicht auch der Community zur Verfügung stellen kann. Das wäre zum Beispiel auch eine geile Sache. Aber ich habe natürlich auch ein paar Befürchtungen, was das Spiel angeht. Das sind nicht sehr viele, aber es ist auf jeden Fall auch was da, was ich befürchte. Zum einen befürchte ich, dass man sehr, sehr, sehr lange mit sehr viel Glück an die Lootboxen rangehen muss, um zum Beispiel ganz besonders schöne Skins zu bekommen, da das immer sehr mit Glück verbunden ist. Und in der Verbindung befürchte ich auch ein bisschen, dass man das versucht so ein bisschen, ich sag mal, abzuschwächen, indem man das Spiel mit vielen, vielen Mikrotransaktionen vollpackt. Das heißt, man kann sich die Skins kaufen oder vielleicht auch irgendwelche Exklusiv-Skins, die man nicht freischalten, sondern nur kaufen kann. Oder eben das Kaufen von diesen Ingame-Münzen für diese Ingame-Währung. Das befürchte ich so ein bisschen, dass wir darauf zuschlittern, was ich ein bisschen schade finde, da ich kein großer Freund von diesen tonnenweisen Mikrotransaktionen bin. Das ist überhaupt nicht meins, da bin ich kein, kein sehr großer Freund von. Aber ich befürchte es. Ich befürchte es leider, dass es so kommt. Man muss es dann natürlich letztendlich nicht machen, weil das letztendlich dann nur optische Verbesserungen oder Änderungen mit sich bringt. Aber Sammler, die halt wirklich gerne sowas sammeln und ich bin ja ein Freund davon, wenn man seine Charaktere umgestalten und individualisieren kann. Und da befürchte ich, dass es dann eine Menge, Menge kleine Mini-DLCs und Mikrotransaktionen ins Haus stehen, die man dann natürlich auch bezahlen muss. Aber das war es erstmal mit meinem Fazit. Wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung. Das ist mein persönliches Fazit. Wenn ihr nochmal ein paar andere Meinungen habt, einfach vielleicht auch nochmal andere Sachen, an die ich vielleicht nicht gedacht habe, rein in die Kommentare damit. Und dann können wir mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo was vergessen habe. Ich glaube nicht. Ich habe mir eigentlich alles aufgeschrieben, aber vielleicht ja doch. Dann erinnert ihr mich vielleicht in den Kommentaren daran. Hier war es das jetzt erstmal. Ich freue mich schon richtig auf das Spiel. Ihr könnt ja mal einen Blick auf meine Gameplays werfen. Dann könnt ihr ja mal sehen, wie ich so vor allen Dingen mit den Charakteren abgeschnitten habe, mit denen ich überhaupt nicht knarkam. Das kam das eine oder andere Mal vor. Aber egal. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.